Kritischer Fehler auf WordPress. Es gab einen kritischen Fehler auf deiner Website. Was tun, wenn das passiert? Es kann so eingestellt sein, dass du eine solche kryptische Fehlermeldung siehst oder es kann sein, dass du nur wirklich diesen Satz siehst und erfahre mehr über die Problembehandlung in WordPress. In diesem ganzen Gewühl hier sehe ich jetzt nicht so viel, aber in einem solchen Fall wird in der Regel eine E-Mail noch verschickt. Deine Website hat ein technisches Problem und in der E-Mail und in einem deiner Plugins ist Duplicate Post abgefangen. Das heisst, dieses Plugin hatte vielleicht ein Update in der Nacht und einen Fehler eingeführt. Die Links sind jetzt ein bisschen kryptisch, aber was ich jetzt machen kann, ist das Plugin abschalten. Muss ich jetzt wohl tun. Dazu versuche ich jetzt ins Backend einzuloggen. Das wäre das Einfachste. Aber ich kann auch nicht ins Backend einloggen. Das heisst, ich muss zu meinem Hosting, muss auf mein Hosting einloggen im Control Panel. Das wird bei deinem Hosting ein bisschen anders aussehen, ausser du bist bei Sion, was du wahrscheinlich nicht bist. Hosting, Dateimanager. Du musst einen Weg finden, wo du Dateien bearbeiten kannst in deinem Hosting. Das gibt es eigentlich immer. Die öffentlichen Dateien. Da sind wir im Verzeichnis der Website. Und um die Plugins abzuschalten, gehen wir in Content rein. Plugins. Und Yoast Duplicator müssen wir hier finden. Duplicate Post ist das. Und was wir hier jetzt machen, ist Temp Oder vielleicht hinten Umbenennen dieses Verzeichnis. Das deaktiviert dieses Plugin. Sofort. Das heisst, ich kann jetzt zur Website und Reload klicken. Und bang, bin ich jetzt hier drin. Wir können in den Backend Plugins. Und wir haben jetzt Duplicate Post. Was das Problem macht, ist jetzt nicht aktiviert. Sobald ich das aktiviere, macht es die Website kaputt. Okay, jetzt gehe ich noch auf die Website, um zu schauen, dass die Website jetzt da ist. Okay. Nun, was mache ich jetzt? Das Plugin ist zum Glück jetzt ein nicht sehr kritisches Plugin, das ich brauche. Es geht darum, dass ich Beiträge kopieren kann, duplizieren kann mit diesem Plugin. Und das mache ich jetzt wirklich nicht sehr häufig. Da wurde wirklich nichts geändert dran. Das ist wirklich komisch. Das heisst vielleicht, dass es an meiner PHP-Version ist. Die habe ich nämlich umgestellt. Es könnte sein, dass das mit einer tieferen PHP-Version funktionieren würde. Aber ich will jetzt lieber die höhere PHP-Version als dieses Plugin. Das heisst, ich gehe jetzt hin und lösche das Plugin. Mal schauen, ob das eine Fehlermeldung gibt. Gut, das Plugin ist weg, die Website ist da. Jetzt müsste ich vielleicht noch dem nachgehen, ob das wirklich kaputt war, seit ich die PHP-Version umgestellt habe, vor einem Tag oder so, und ich das einfach nicht gesehen habe. Das kannst du also tun, wenn du einen kritischen Fehler hast in WordPress. Ob es jetzt die Fehlermeldung anzeigt oder nicht, spielt nicht so eine Rolle. Es löst eine E-Mail aus an die Admin-Adresse in deinem WordPress. Und in dieser E-Mail steht dann auch genau, welches Plugin das Problem ist. Du kannst es dann umbenennen. Das Verzeichnis, das deaktiviert ist und sollte das Problem erstmal beheben. Dann kannst du dir überlegen, ob du das Plugin wirklich noch brauchst. Wenn dir solche Tipps gefallen, abonniere diesen Kanal und schau auch die anderen Videos, wie die jetzt eingeblendet werden. Da sind viele interessante und nützliche Tipps für dich mit dabei. See you soon. Bye bye.